Wir sind wieder da in Berlin, es ist auch mal wieder Zeit geworden. Seit Jahr und Tag kommen wir schon, es sind jetzt fünf Jahre. Mit Fotograf, mit Filmer, Jörg ist da, wollen wir ja auch protokollieren. Wir sind da, hier und sagen der Bahn, wie es richtig geht. Wir haben das neue Thema, das ist ja gar nicht so neu, Schlimmaschutz, Verkehrswende, ordentlicher Ausbau der Bahn. Die Bahn selbst hat ja schon gesagt, sie will mehr Züge fahren lassen, was wir begrüßen, sie will investieren und jetzt sagt sie neu, wir wollen keine Stricken mehr stilllegen. Für uns heißt es, Gleise bleiben oben, es gibt Trassen, die Gäubahn ist ja direkt angegriffen, soll im Jahr 2025 auf den letzten Metern, die letzten Kilometer stillgelegt werden, damit man Stuttgart 21 bauen kann. Die sagen, bauen muss, wir sagen, das muss man überhaupt nicht bauen. Wir sind auch nicht schuldig, dass sie so weit sind beim Bauen, weil wir von Anfang an gesagt haben, lasst es, für mehr Verkehr braucht es diesen Kopfbahnhof mit seinen Gleisen oben, mit allen Gleisen oben für einen vernünftigen Verkehr, für die Verkehrswende. Wir haben ja den Herr Strauß schon öfters hier unten gehabt. Vor vielen Jahren sagt er noch, ja, kein Problem, wir prüfen es, die finanzielle Lage ist geklärt. Das passt in Ordnung. Wir haben auch unseren ehemaligen Regierungspräsidenten Schmalzl hier schon gesehen. Und er sagt dann in der kleinen Runde, als er sich beworben hat, als IHKler, als er Geschäftsführer der IHK, ja, ich achte auf die Wirtschaftlichkeit, ich bin da im Aufsichtsrat, aber frag mich doch mal was anderes, wie das ist geheim. Trotzdem, er sagt, wir achten drauf, dass das funktioniert, wir steuern hier richtig. Und wir können das bisher nicht erkennen, dass ein Aufsichtsrat, dass der Aufsichtsrat hier sich offen, ja, offen die Themen angeht, prüft und Strecken erhält und bei Stuttgart 21 umdenkt. Das Konzept Umstieg 21 gibt es auch schon lange. Es gibt dann wieder die Kritik, wir haben schon so viel gebaut. An uns liegt es nicht, dass so viel gebaut ist. Man hätte von Anfang an anders planen müssen, aber jetzt gibt es noch Chancen, das anderweitig zu nutzen. Nicht immer ganz einfach, das wissen wir. Aber für den vernünftigen Verkehr muss man was tun. So, da kommen jetzt zwei einzelne Leute. Henning, ich nehme dich kurz rein. Super, dass du da bist. Bernhard lässt sich entschuldigen. Kind krank, Tochter krank, ein Grund auch für einen Arbeitnehmer zu Hause zu bleiben. Kümmert sich darum, Henning ist da. Vielen Dank, dass du da bist. Ja, ich danke mal, dass ihr da seid. Wir machen es nicht wie Peter Nato, da ist immer einer für alle, alle für einen. Wir machen das wirklich, wir machen da so Kriege, wir machen Frieden. Und erst mal herzlichen Dank, dass ihr auch Unterstützung gestern gegeben habt. Ich habe es nicht allen sagen können im Lokal. Das war toll und deswegen bin ich auch hier. Weil Solidarität geht an den Terminen, ist ja keine Einbahnstraße. Jetzt zur Sache selber. Andi hat es gesagt, auch ich war bei mehreren Pressekonferenzen hier und im anderen Gebäude, wo die Bahn immer mit Grube noch geschworen hat. Die Bahn wird besser und pünktlicher. Es ist das Gegenteil eingetreten. Sie wird teurer und unpünktlicher und wird abgebaut. Und natürlich, die Stadt der 21, hier liegt es vor unseren Füßen, ist mit maßgeblich beteiligt mit den Kosten, dass nicht mehr diese Infrastruktur erhalten wird. Die Sicherung, wenn es immer eine Bahn heißt, ist das wichtigste Aufgabe der Bahn, pünktlich im Personalverkehr zu organisieren. Da heißt es immer Betriebsstörungen. Aber sie sagen nie, ihnen fehlt das Geld für das Personal, für die Instandhaltung, weil das Geld hier verbuddelt ist. Wir wissen das ja sehr wohl. Jetzt kommen wir zum Klimaschutz. Das Thema kam etwas später auf, in den letzten Jahren. Wir wissen ja, Friday for Future, jetzt machen sie Dampf. Eigentlich bräuchten wir so eine starke Bewegung in der Mobilität auch. Wir wissen, dass 21 ein kontraproduktives Projekt ist, was die Umwelt betrifft. Nicht nur den ganzen Bottern. Wir wissen es ja schon, wenn wir da durchlaufen, was da für Schäden angerichtet werden. An Beton. Die Betonköpfe sitzen ja hier, auch oben drin. Und sie machen das auch, dass sie diese Umwelt schädigen mit Riesenaufwand. Jetzt sage ich ein paar Dinge hinzu. Wir kommen aus der Autostadt Schütter. Was ich befürchte, ist Folgendes. Wir hatten ja immer von Daimler die Chefs dabei. Ihr wisst ja auch. Das sind nicht Leute, die aus der Bahn kommen, sondern meistens von der Automobilindustrie. Metern, Grube und wie sie alle heißen. Und jetzt wird dieses autonome Fahren ganz hoch gefahren. Ihr wisst ja, sie haben versagt in der Automobilindustrie, machen die Bahn kaputt. Auch diese Automobilindustrie haben sie ja manipuliert. Jetzt kommt auf einmal ein neues Stichwort, autonomes Fahren. Was wird das bedeuten? Riesenumweltschäden, überall Masten. Und wir werden erleben, dass die Bahn mehr gebraucht wird denn je, weil dieses autonome Fahren nicht eine gute Mobilität weltweit organisieren kann. Weil sie umweltschädlich ist. Sie ist teuer und sie ist auch eigentlich unökologisch. Abgesehen von der Strahlung und allem. Das heißt, die Bahn, öffentlicher Nahverkehr, bleibt ein unverzichtbarer Bestandteil einer progressiven und sozial-ökologisch zukunftsausgerichteten Mobilität. Das müssen wir den Herrschaften nachher auch nochmal klar machen, dass sie eine Riesenverantwortung haben. Wir müssen nachher allerdings sprechen, weil der kommt ja jetzt bald, mache ich es kurz. Wir haben Amrit ja nochmal angemeldet, gestern 10.30 Uhr. Wir sollten die Zeit, du hast mich ja gebeten herzukommen, weil der Bernhard nicht kommen kann. Vielleicht nützen wir das nachher beim Tee drüben, dass wir über die Strategien ein bisschen sprechen. Was wir jetzt noch tun können, das ist eine politische Bewegung. Und wir müssen auch mal ein paar Dinge was verändern. Zum Beispiel auch mal die Karte mal auf den Weg bringen mit Bildlichkeit, weil die Bahnfahrer, wenn wir hier drin sitzen, nicht nur sagen, ah, die Bahn ist zu spät, schlecht. Wir müssen sagen, sie ist schlecht, weil hier das mit den Großprojekten das Geld verbunden wird und die aktivieren. Das ist nur ein kleiner bescheidener Beitrag. Aber es gibt noch viel mehr Ideen, auch was Umwelt betrifft. Und vielleicht, das war ja auch deine Idee, wenn es da kein Vortrag ist, dass wir uns nachher beim Tee ein bisschen zusammensetzen und sehen, wo sind die Hebel, wo wir was bewegen können, auch über das 21 hinaus. Sonst sind wir immer Zuschauer nur der Baustelle. Die wird größer und die ziehen ihr Ding durch. Ihr habt gemerkt, diese Bewegung, die auf die Straße geht, an der Umwelt, man kann schon was bewegen, wenn wir auch da einen guten Ansatz haben. Also, ich sage nochmal herzlich willkommen. Wir warten mal auf ihn und du weißt ja mehr, wie das dann abläuft. Vielleicht kann man auch ein paar Worte mit ihm wechseln. Das könntest du ja machen. Und entsprechend, oder von hier, vielleicht sagst du noch was zum Prozedere, wie das ablaufen soll, was den übergibt und wie das stattfindet. Ich glaube, um 9.20 Uhr. Zum Thema Pünktlichkeit, die Bahn sagt, wir haben keine Reisekettenpünktlichkeit. Die Schweizer machen es. Uns interessiert als Fahrgast, wie funktioniert es beim Umstieg. Also, wie nehme ich die Bahn wahr. Und wenn ich da den S-Bahn-Direktor höre bei der Fahrgastbeiratssitzung am 19. November, ja, im Schnitt zwei Minuten nach dem Motto, es ist ja gar nicht so wild. Dabei hast du, wenn du am Endstation der S-Bahn ankommst, oft, ja, siehst du die Busse wegfahren. Wenn du es überhaupt noch siehst, die Amertalbahn ist weg. Das sind Zustände, die ich auch im Ortschaftsrahmen letzte Woche als erwärmlich bezeichnet habe, wo wir eben sagen, das geht anders. Und was haben wir? Wir haben das Stuttgart 21, das uns halt überhaupt nicht voranbringt. Heike ist da von den Ingenieuren, ist der Wolfgang Küber da auch noch da. Der könnte für die Ingenieure noch sprechen. Der kommt nachher, der kann auch noch hier vorkommen, wenn der Herr Staus kommt. Wir haben die Pressemitteilung dabei, in der wir die Bahn nochmal auffordern, einen Baustopp zu machen. Das haben wir gestern auch in der Stuttgarter Zeitung, dass man innehält und sagt, was ist zu tun. Das ist immer schwer, aber das Mindeste ist ja, die Gleise zu erhalten. Ja, das ist klar, autonomes Fahren, da gucken wir, dass das noch hält. Denn Herr Staus, das werden wir auffordern. Wir werden auch nach dem nächsten Termin fahren. Im Januar ist eine Sonderaufsichtsratssitzung geplant. Die nächste Bilanzpressekonferenz ist dann, oder die jährliche, ist am 26. März am Donnerstag. Da gehen wir davon aus, dass ein Tag vorher die Aufsichtsratssitzung ist. Das ist dann die größere Sache, wo die Medien auch stark da sind. Die Bahn muss umdenken, sie kriegt ja das Thema nicht los. Wenigstens begänzt sie sich zum Klimaschutz. Es gibt ja immer auch Leute, die sagen, wir sind egal, da ist nichts dran. Aber dann muss sie handeln. Also wenn man selber sich Ziele setzt, eine Vision hat, muss man handeln. Und darauf eingehen. So, wir... Ja, wir wollten noch. Wir retten jetzt auch noch mal einen Ansatzpunkt. Wie ist die SPD, will sie sich jetzt ein bisschen mehr auf den Weg machen. Ein bisschen mehr nach links gehen. Links heißt ja auch ein bisschen progressiver denken. Und wir hatten ja schon mal so eine Diskussion, da haben sie sich gar nicht bewegt. Da hat der Vertreter von der Bahn in der Höhebbelstiftung, wann sie waren vielleicht dabei, gesagt, wir müssen gar nicht verhandeln, wir haben ja die absolute Mehrheit mit dem Schulz. Ihr wisst noch 50 Prozent und müsst nicht machen. Ah ja, ist schon da. Also, jetzt gibt es dann den Wechsel zum Andi, bitte. Herr Strauss, guten Morgen. Schön, dass das geklappt hat mit dem Termin. Wir haben ja auch gesagt, der Herr Dr. Bernhard Kniering kommt. Der Autor eines Buches ist, der lässt sich entschuldigen. Wenn ein Kind krank schall lacht, muss es seine Tochter gestern in der Kindertagesstätte abholen. Das heißt, das Buch wird Ihnen nachgereicht, wenn Sie es noch nicht schon haben. Es gab ja gerade viele Bücher für die Bahn. Sie waren ja auch in der Talksendung letzte Woche. Unser Anliegen ist es hier nach wie vor, Stuttgart 21 zu überdenken. Wir haben auch eine Pressemitteilung gebracht, aus der ich gleich noch zitiere. Unser Anliegen ist, dass die Pünktlichkeit besser wirkt. Da haben wir eigentlich ein gemeinsames Anliegen. Mehr Transparenz, Reisekettenpünktlichkeit. Sie kennen die Themen. Fahrgast muss wissen, wir brauchen ein verlässliches System. In Zeiten, wo wir über Klimawandel diskutieren, in Zeiten, wo die Bereitschaft da ist, Bahn zu fahren. Und als Vertreter des Fahrgastprobandes Pro Bahn kriege ich halt immer wieder mit. Ich würde ja gerne Bahn fahren. Ich darf es ja auch teilweise in Stuttgart an Feinstaubtagen kostenlos tun. Aber ich mache es nicht, weil die Umstiege nicht funktionieren. Und seit Stuttgart 21 ist es schlechter geworden. Auch der Bahnhof hat immer schlechtere Umsteigezeiten bekommen. Möglichkeitszahlen in Stuttgart. Wir hatten den zweitkünktischen Bahnhof vorher, was einfach funktioniert hat. Und uns ist wichtig, auch integraler Taktfahrplan. Wenn das Umsteigen funktioniert, dann fährt man auch wieder gerne Bahn. Also nicht nur durchgebunden, wo einige sagen, lass uns möglichst wenig umsteigen. Sondern ein guter Bahnhof, von dem ich mich wohlfühle, mit Toiletten. Auch da gibt es ein Positionspapier von Pro Bahn und von weiteren Preisen für eine gute Bahn. Da gibt es im Prinzip ein gemeinsames Ziel. Wir sind schon lange da, das wissen Sie. Seit vier, fünf Jahren kommen wir. Und da war die Aussage, ja, das Geld reicht. Die Kollegen wissen, was sie tun. Und der Aufsichtsrat prüft richtig. Und wir müssen wieder sagen, es reicht nicht. Es sind immer noch so viele Fehler drin. Wir warten auch auf die nächste Erhöhung. Und ja, kriegen wir mit, dass es immer teurer wird. Auch der Bundesrechnungshof hat ja neu wieder gesagt, es ist nicht gut, was hier passiert wird. Und jetzt ist ein wenig noch geschwind, bevor wir... Oh, wir müssen vielleicht noch antworten und eingehen. Ich habe es vorher noch kurz erwähnt. Viele setzen aufs autonome Fahren. Da haben wir aber Gedenken. Das ist ein Problem. Und es sieht dann so aus, wie wenn die Bahn dann überflüssig wird. Wir sind der Meinung, umgekehrt. Die Bahn wird in der Zukunft trotz diesen scheinbar neuen Lösungen eine vielsteuerliche Rolle spielen müssen. Also nicht stricke Stilllegungen, sondern wirklich funktionierenden Ausbau. Weil das eine andere Dimension hat. Ein autonomer Fahren, es bleibt ein Auto. Es bleibt die Verkehrsdichte. Auch wenn die dann autonom fahren. Aber es wird es nicht lösen, weil die Chancen der Bahn haben. Vielleicht können Sie auch darauf eingehen. Da sehen wir auch die Verantwortung. Es geht jetzt nicht darum, dass wir da jetzt alle nur auf 21 jetzt so mit schauen. Und jetzt, wir haben recht und wir bekommen nicht recht. Sondern das ist ein Bestandteil einer progressiven Mobilität, die sozial und ökologisch in die Zukunft schauen muss. Und da, finde ich, sollten die Vorstände, und auch Sie sind ja da offen, das auch zu transportieren, eine starke Rolle spielen und sich nicht nachher von der Automobilindustrie abhängen lassen. Sie kennen ja auch die Interessenskonflikte. Vielleicht können Sie auch da ein paar Worte noch dazu sagen. Wir haben auch den Wolfgang Pübert hier, der Restvertreter der Nr22, wenn Sie sich das hier von der Kurve her noch kennen. Aber ich stelle ja mal das Mikrofon hoch. Oder wollte ich Sie direkt dazu? Vorher noch. Nur kurz, einmal finde ich es ganz toll, dass hier einige Leute aus Stuttgart auch mit da sind. Und guten Morgen in die Bahnzentrale. Ich kann im Moment noch gar nicht viel sagen, weil ich gerade erst angekommen bin. Ja, auf jeden Fall geht es mir darum, Stuttgart 21 verbraucht jede Menge Geld. Das ist sicher schon gesagt worden. Und deswegen gehen viele Dinge den Bach runter bei der Deutschen Bahn. Wir merken es jeden Tag eigentlich. Als wir hergefahren sind, war es das pure Chaos. Der eine Zug fällt aus, der Ersatzzug fährt verspätet. Dann kriegt man die Anschlusszüge nicht, die in Frankfurt abfahren sollen, und muss sich halt irgendwie durchfassen. Es funktioniert dann zwar schon irgendwie, aber man bleibt, Gott weiß, wie lange auf der Strecke. Der ist höher, genau. Der ist der größte, aber der größte. Ja, danke. Ja, also ich entnehme gerade auch Ihren Worten, dass wir gemeinsame Ziele haben. Auch wenn der Weg, die wir zu erreichen, jetzt umstritten ist. Aber ich glaube, man darf sagen, gerade in dieser Zeit hat die Bahn sehr, sehr viel Rückenwind. Und wir müssen wachsen in drei Sektoren. Das ist einmal das Thema Mitarbeiter. Das haben Sie vielleicht gestern oder vorgestern verfolgt. Eine Beschäftigungsoffensive der Bahn ist geliefert, tatsächlich jedes Jahr über 20.000 neue Mitarbeiter zu rekrutieren. Und damit ersetzen wir nicht nur ausscheidendes Personal, sondern bauen Mitarbeiter auf. Wir beschaffen Arbeitsplätze. 8.500 waren das im vergangenen Jahr. Das in Zeiten, in denen andere Unternehmen abbauen. Das ist so die eine Säule. Die zweite Säule ist das Thema Infrastruktur. Wir brauchen tatsächlich mehr Gleise. Wir brauchen die Auflösung von Knotenbahnhöfen, von Engpässen an Knotenbahnhöfen. Und auch dafür stellt der Bund ja jetzt deutlich mehr Geld zur Verfügung, als das in den früheren Jahren der Fall war. Über die Leistungs- und Überzeugungsvereinbarung 3 sind das Rekordsummen. Das kriegt man nicht über Nacht verbaut, aber das macht mich sehr optimistisch, dass wir beim Thema Kapazität besser werden. Und die dritte und letzte Säule ist das Thema Züge. Und da ist, glaube ich, ein Punkt, von dem unsere Fahrgäste sehr kurzfristig auch profitieren. Auch Sie hoffentlich ganz persönlich schnell. Denn wir bekommen im Moment so etwa alle drei Wochen einen neuen Fernsehverkehr. Und da ist es genauso wie der Personal. Der ersetzt da nicht Züge, die verschmackt werden, sondern das ist wirklich Zusatzmaterial an zusätzliche Sitzplätze, die wir jedes immer wieder auf die Piste bringen. Und das brauchen wir auch, vor allem mit dem ICE 4, mit dem doppelstöckigen Intercity 2, bieten wir der wachsenden Zahl von Fahrgästen, die wir erfreulicherweise verzeichnen, auch deutlich mehr Plätze an. Denn nur so ist das Verkehrswachstum im Sinne von Umwelt- und Klimaschutz ist machbar. Also das sind drei Punkte, die mich sehr optimistisch stimmen, dass wir nicht erst mittelfristig, sondern was das Thema Personal und Züge betrifft, auch kurzfristig hier zu deutlichen Verbesserungen kommen. Wir liegen in der Gründlichkeit im Fernverkehr etwas über den Vorjahr. Das befriedigt uns aber überhaupt noch nicht. Wir müssen da noch deutlich besser werden. Insofern, solche Erlebnisse, wie Sie geschildert haben, geschehen. Die kann ich, will ich da auch gar nicht kleinreden. Da sind wir noch von unseren Ansprüchen entfernt. So viel vielleicht von mir. Güterverkehr, vielleicht noch zwei Worte dazu. Vielleicht auch noch ein Ton zu Stuttgart 21. Auch der Güterverkehr muss weiter wachsen. Er wächst ja auch. Nicht unbedingt bei unserer eigenen Güterbahn, bei DD Cargo, wo wir starke wirtschaftliche Probleme haben. Das haben Sie alles auf den Medien entnommen. Aber insgesamt ist der Güterverkehr schon auch eine Wachstum-Story. Aber er kann nur dann mehr wachsen, wenn auch die Infrastruktur ausgebaut wird. Und wenn wir mehr Personal haben. Also bei DD Cargo, diese Beschäftigungsoffensive, von der ich sprach, bezieht sich ja natürlich auch auf DD Cargo. Was die Werkstättenmitarbeiter betrifft, auch die Lokführer. Da brauchen wir mehr. Die Wettbewerbsbahnen, die inzwischen durch die Hälfte des Schienengitterverkehrs in Deutschland bestreiten, konzentrieren sich ja mehr auf den, sagen wir mal, den renditeträchtigeren Ganzzugverkehr oder auf den kombinierten Ladungsverkehr. Die sind da durchaus erfolgreich. Wir hinken da noch ein bisschen wieder her. Aber auch da wird es uns mit mehr Kapazitäten gelingen, auch mehr wieder abzufahren. Und die Senkung der Schienenmaut, also der Trassengebühren für Güterzüge, die der Bund vergangenes Jahr schon beschlossen hat, ist ja in der Richtung schon mal ein sehr gutes Signal. Ich muss aber nicht darauf hinweisen, dass was bei uns so defizitär ist bei DD Cargo, ist der Einzelwagenverkehr. Also das relativ umständliche Zusammenrangieren von Zügen auf Rangierbahnhöfen, die dann das Fahren über Nacht zum nächsten großen Bahnhof und dann das Feindverteilen in die Fläche, das ist etwas, was aufwendig ist, was kostenswertig ist und was in diesem Umfang auch in Europa nur noch die deutsche Bahn macht. Andere Bahngesellschaften haben sich schon längst davon verabschiedet. Dann sehen die Bilanzen dann gleich ein bisschen besser aus, aber das ist für uns keine Alternative, denn wir brauchen auch aus Umweltgründen diesen Einzelwagenverkehr, nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für die Umwelt, das ersetzt unzählige LKW-Fahrten jeden Tag. Und da diesen wirtschaftlich schwierigen Verkehr werden wir festhalten. Soviel vielleicht dazu. Zu Stuttgart 21 möchte ich in Detail Stellung nehmen. Das ist ein Thema, was in allen Gremien immer wieder besprochen wird. Das Projekt geht voran. Die allermeisten Tunnel sind gegraben und wir hoffen, dass es bald, schnell fertig wird. Also wir setzen natürlich bei Stuttgart 21 weiter auf den einen unterirdischen Kiefbahnhof mit seinen vier Bahnsteigen und acht Gleisen. Und aus unserer Sicht hat der Stresstest auch bewiesen, dass er leicht verändert, dass er auch für den Deutschland-Takt geeignet ist. Taktverkehr! Taktverkehr! Also das ist die offizielle Bahnmeinung und als Sprecher müssen Sie das wahrscheinlich sagen. Was ich Ihnen mitgebe, ist, dass die S-Bahn, dass die S-Bahn Stuttgart dringend oben Gleise braucht. Und in der Filteranhörung im Jahr 2014 hieß es, ja, ist ja jetzt schon mangelhaft der Betrieb. Das wird dann nicht besser. Es ist aber so, wenn Sie später diese Gäubahn nicht mehr haben, das ist das allererste, was oben erhalten bleiben muss, dann können Sie gar nicht mehr nach Vahingen fahren. Und der Verkehrsdirektor von Verband Region Stuttgart, Herr Dr. Wurmthaler, sagt, dann fahren wir halt von Stuttgart-Schwabstraße mit dem Bus nach Vahingen. Das hätte man früher auch gemacht. Wenn sich jemand, der in einem Gremiumverband Region Stuttgart um die S-Bahn kümmert und so eine Aussage macht und die Bahn nicht widerspricht, dann laufen wir definitiv auf dem Problem zu. Das heißt, wir brauchen die Gleise allein schon wegen der S-Bahn und wegen der Umsteiger aus der Schweiz. Wir brauchen dort den Anschluss, der direkt geht. Und deswegen haben wir auch die Pressemitteilung gebracht und finden es auch gut, dass die Bahn selber sagt, keine weitere Stillerung von Gleisen, da haben wir sie doch. Sie reden selber vom Ausbau der Knoten, da haben wir ihn doch, den schon ausgeboten. Und wir haben die Trasse. Es gab ja schon Diskussionen vorher, das Komplexschild zu legen, jetzt bis Nordbahnhof, aber früher oder später, ja, nur für den Regionalexprass. Das ist nicht hinreichend. Diese Bahn ist zu erhalten. Wir schreiben, heute tat ja der Aufsichtsrat, die von der Bundesregierung entsandten Kontrolleure müssen nun endlich ihre Kontrollfunktion wahrnehmen und dafür sorgen, dass die Bahn ihren grundgesetzlichen Auftrag erfüllt, dem Wohl der Allgemeinheit, insbesondere den Verkehrsbedürfnissen, Rechnung zu tragen. Dazu gehören, dass Ausgaben und Arbeiten für das hochgradig defizitäre, extrem klimabelastende, die Beton- und CO2-Belastung ist ja hauptsächlich gemeint, und den Bahnverkehr massiv schädigende Projekt Stuttgart 21 so lange gestoppt werden, bis über eine dem Bahnverkehr dienende Form des Umsteuerns entschieden ist. Insbesondere haben sich die Aufsichtsräte über prüfende Zahlen über die Leistungsfähigkeit des Stuttgarter Bahnhofs heute und in Zukunft vorlegen zu lassen, anhand derer eine tatsächliche, erhebliche Ertüchtigung des Bahnnotens sichergestellt werden kann. Das Projekt Stuttgart 21 reiht sich eine ganze Reihe von Großprojekten ein, die dem Vorwand, dem Bahnverkehr zu dienen, gemacht werden oder geplant sind. Der Aufsichtsrat darf nicht tadellos zusehen oder gar unterstützen, dass das Unternehmen als Melkuh der Generierung von Aufträgen für Bauindustrie und Immobilienwirtschaft missbraucht wird. Insbesondere die Arbeitnehmerbank im Aufsichtsrat fordern wir auf, auch im Interesse der Bahnbeschäftigten Verantwortung für den tatsächlichen Bahnverkehr und damit auch fürs Klima und die Umwelt zu übernehmen. Der Bündnisprecher Eisenhardt von Löber, der sich heute auch entschuldigen lässt, ein weiteres Kontrollversagen zu Lasten des Schienenverkehrs darf es nicht mehr geben. Das widerspricht dem grundgesetzlichen Auftrag der Bahn und es widerspräche der Ankündigung von Bahnvorstand Ronald Pofalla, dass die Stilllegung vermeintlich nicht mehr benötigter Gleisanlagen gestoppt werden solle. Die Gleise des Kopfweinhofs Stuttgart sind unverändert notwendig für einen wachsenden Bahnbetrieb. So ergänzt Martin Burgundke, unser Vorsprecher. Ich darf Sie nicht überreichen. Wir haben es zweimal. Und sagen Sie Grüße von uns oben. Und wir bleiben oben, wir kommen auch wieder. Vielleicht noch die Aussage, gibt es im Januar eine Sonderaufsichtsratssitzung. Und im März ist die Bilanz-Pressekonferenz. Dann nehmen wir an, dass am Donnerstag einen Tag zuvor die Aufsichtsratssitzung wieder ist. Das war ja mal so. Dann würden wir uns spätestens da wiedersehen. Hat noch jemand was mitzugeben, den Aufsichtsräten zu Weihnachten? Zum Brandschutz haben wir noch eine Frage, dann werden Sie ihn lassen. Wir haben keine Frage schon mehr. Wir geben Ihnen noch mit, das Thema Brandschutz beschäftigen wir uns auch. Ein guter Bahnverkehr, Brandschutz, ein zuverlässiges System. Wir sind gern bereit, Bahn zu fahren, aber dazu muss auch die Bahn Ihren Beitrag leisten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.